Das ist Fettforskin XD. Meinst du, unterstellst du dem, dass der dich ghosted oder was? Nee, nee. Der hat gerade eine D-Lash rausgehauen. Hat gesagt, ich soll aufhören, Ivern zu bannen. Und jetzt habe ich nicht Ivern gebetet. Jetzt spielen wir auf einmal wieder gegen die. Ich bin einfach auf einen anderen Account gegangen, damit er schon mal rein snipen kann. Das ist doch gut, ne? Heißt aber auch, dass wir jetzt, wenn jeder Abend, wo du jetzt Flakeskill spielst, einfach per Mal Ivern bannen irgendjemand. Und dann hat er keinen Spaß mehr. Das Problem ist, es gibt so viele OTPs aus der deutschen Szene, die uns snipen bei diesen Flexkill-Abenden. Ne? Also du hast Katharina, Akali, Ivern, Klett... Die deiner Shen-Boys? Der Shen-Boys? Das hört sich sehr enthalten an. Also da gibt es, ne, aber noch viele mehr. Also das ist echt crazy, wie viele OTPs uns snipen. Ist der Mitglieder von den Kassadin-OTP? Glücklich, actually. Ich hab Q. Hast du Actually Gold oder was? Naja. Der ist letztes Game 8 CS zu 100 gegangen. Aus der Lade. Mein melee Minion. Look. Oh, das ist tragisch. Er hat Muffman Schütz. Meine Knöche gebrochen. Vielleicht Ivern Faker und glaubt zu meinem Wettblock und glaubt den einfach. Das kann schon gut sein, eigentlich. Okay. Du hast hier. Der ist im Kopf. Der ist im Kopf. Der ist im Kopf. Der macht den... Und hier. Aber wir sehen den Eimern. Was meinte das jetzt? Aber die Raptoren kann er nicht machen. Fuck. Der war aus. Merfer. Hast du kurz davor rein zu flashen? Der Ivern nimmt gerade seine Bot-Camps und kann einen Bot kommen ins Level 3. Okay. Komm auf Seraphine. Wartet hier ein bisschen noch. Ja, look. Ihr habt nix. Der ist gleich Bot-Diver. Immer noch. Der ist jetzt schon ein Bot. Komm wieder auf die Seraphine. Okay. Der ist gleich für. Ja, das ist gleich. Ah, Bats. Ganz feucht. Wir können ihnen nicht zwei, wenn sie in Folge geben, Alter. A2. Okay. Warte, warte, warte. Er verliert den Cam in. Ich muss nicht die P-NL verliert so viel mehr als ich. Kannst du Bot kommen? Nein. Nein. Ich muss die Top-Cover nehmen. Really fucked. Der wird Covern. Der Ivern ist immer noch da. Die Breber West-Rusher. Beide hier oben. Oh Mann. Hm. Macht Top-Craft. Ich mach Top-Craft. Wenn wir in die Mitte raus pushen wollen, komm ich. Ich hab die Beat-Vantage, aber er hat Flash-Avantage. Einwand ist hier. Wo ist einwand? Das war das. Kann sein, dass da jetzt irgendwie Bot-Zett oder so wieder Marken geht. Ich hab nix. Mine, ich versuche einfach, rauszukommen. Ich komme da nicht raus. Alles gut, alles gut. Nicht tilten. Die Mitte ist wieder, ich bin sehr weiter. Wanda auf eine Skala von 1 bis 10. Wie krass explodiert der Kopf? Nö. Also, keine Ahnung. Er hat noch Fleisch hier oben. Der Mitleider hat gerade drei Minuten lang nicht mehr gelastet. Der Ivan markiert seine Camps nicht, by the way. Doch, doch, hat er, glaube ich, gemacht. Bei mir, der hat seine Camps von dem Botlin ist ein Camp, das er merkt. Wenn er das erste Mal ging, da hat er auf Level 1, die markiert die Camps. Das muss er noch aufnehmen. Das Lane ist ein bisschen. Hier ist ein Almond. Wir one-shotten hier trotzdem auf 6. Ja, ja. So, rocken zu da eben gleich, holy fuck. Moverdrag. Minion gestunnt. Ich bin so reported. Scheiße. Geht On-Hit-Varos. Das ist sehr, sehr cringe. Fein gegen uns. Und die Q? Oh, so close. Und ich kann die Säte nicht aufheben. What the fuck? Der Q hat 7 Sekunden cool. Kann ich haben's? Ja. Das ist sehr secondary. Wenn die gerade abmogen, kommen wir die Kiln, ne? Gehen. Wo kann der Almond sein, Lama? Weiß ich gerade nicht. Stop, 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 stop. Kann man den Bot diven? Ja. Also ich würde Drake machen und dann würde ich da noch oben. Ich push schon, ich push schon. Ist eigentlich trotzdem TP'n? Die anderen ist schwierig. Ich meine, das ist eh schwer, nur. Ich glaube, die Wave TP bei Botnet für den Dive, honestly. Vorm Ulten. Ivan ist immer noch hier. Da. Der macht gerade die Top-Krabbe vielleicht. Ne, ich glaube, das ist beim Grump. Oh, look. Wir sollen den killen. 4 Sekunden Q. Mh. Das ist ein Bursch. Ihr ist ein Bursch. Ihr mein Double-Wayers. Das ist ein Bursch. Mein Schöner way. Das haben wir reinpushen. Weil ich nicht so klinge bin. Ich hab auch so viel Geld schnell zurück zu gehen. Ich nehme mich hier abbrechen, dann. xQ. Ah. Das ist eine Menge Farben, leider. Ja. Ja. Verkackt. Ah, ich hab meinen W raus. Da haben wir das hier irgendwo. Nein. 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 Ich kann ulten. Ich bin fein. Ja. Ja. Er ist der Level. Rein da, rein da, rein da. Oh, lo. Wir können nichts. Wir können nichts. Wir können nichts. Wir haben ihn hier bekommen. Ich hab Q jetzt. Das war mein Deal. Oh, so dein hier. Also unter 6 hab ich halt nichts. Ah, geflasht. Aber bald ults. Los. Ich werd einfach ein Farbenübel herkommen. so. Exhausted, actually. Offen hat's. Ah, mir fehlt ein Minion für 6. Nooo. Ich werd ziemlich OP werden, wahrscheinlich. Es ist die lähmste Lane ever, ne. Der steht einfach zwei Screens entfernt von mir und wartet, dass ich die Waves in den Töte pushe. Oder, dass der Ivan kommt. Ries wieder, I guess. Du machst einfach 1v2, wenn du ult hast. Ich meinst, ne? Ja. Sollte ich. Ach, das ist Ivan. Ich wollt schon sagen. Wo kommt der fucking Rapper? Ich hab kurz einmal durchdschungeln und dann bin ich ready to do something. Willst du oben weiterlanen oder sollen wir Hamilton? Äh, ich denke ich weiterlanen. Wahrscheinlich. Okay, okay. Hotlane ist missing. Oh, what? Was? Ich hasse das Magic. Ninjas haben wie Bremerwest rushed. Meine Güte. Das ist nicht immer so gut gegen den Champ, oder? Boah. Ich hatte noch weh auf ihm. Das glaube ich war fein. Dafür, da wäre so ein Ivan-Schild auf einmal. Ja, das wäre sehr besser gewesen, ja. Ich schulde, dass du mich einfach töten können. Ah, der hat eigentlich immer einen Red genommen. Vielleicht von innen bot. Ich find's so nice, dass du mich mitfieberst. Der hat keinen Flash, glaube ich. Actually, auf Weiner war aus. Ich hab jetzt Ult. Auf Weiner Q müssen wir Ult. Ich hab jetzt Ult. Ich hab jetzt Ult. Ich hab jetzt Ult. Ich hab jetzt Ult. Kannst mir auch eine W schauen. Nur auf 6 jetzt. Nein. Gut. Hier? Ne, kann ich nicht. Okay. Das war eine wilde Lache. Na, ich kann das nicht spülen. Ihr könnt theoretisch mithiltern, ne? Na, machen wir auch, glaube ich. Einfach muss komplett aus dem Buch laufen. Ich glaub, ohne Flash ist da nichts zu holen für mich. Ich glaub, die geben den einfach ab hier, ne? Ja, der Klecker mit dem Movement Holds. Der ist ungefähr hier. Okay. Wer findet? Ja, okay. Ich tank das, was ich tank das. Ne, wir können nicht. Ivan, die sind alle da. Nice. Ja, das ist Int. Wenn wir das probieren. Quantum ist auch Solo. Ist ein Plate. Basically. Ich werde den Turd mit in den Namen, ne? Alter, der Ivan spielt so nervig. Ich dachte, der wird gefällt. Der wird auch noch gefällt, aber der läuft halt hinten über was weiß ich für Wege in seinen Jungle rum. So, Botlein, wie können wir euch entlasten? Stopp. Äh, was? Nein, nein. Wir werden das safe gewinnen. Ja, ja. Wir können einfach Drake sticken. Alles gut, alles gut. Ich mein, der ist 6-0 da raus, ne? Ja, aber der macht nichts. Hier, hier. Die Luxe, oder? Nice. Schön, Tolkien. Dann werde ich, glaub ich, den Turm jetzt hier nehmen. Ich glaube, die Piet waren schon 30, okay? Ja, das geht auf Gateforce. Äh, Ivan war auch Bot-Side. Passt Mitte auf. Wir können alle rufen, ja. Ja, ich geh jetzt mal an Basen, hier hab Drecker Gold. Wir versuchen. Genau. Ich kann ja auch Bot-Lane, nehm ich an. Wenn ich das wohl erfüllt. Oh Gott, ich bot den Reinheat mit meinem T4 rein. Komm runter. Ich würde gerne eine wilde Nashos 2-Variante spielen. Ja. Das ist eigentlich so nice. Das ist eigentlich so nice. Das Team-Uni ist so cool. Aber es ist halt, das Scales ist schlecht. Die Pads sind fucking insane mit Dings. Ja. Ja. Na gut, aber... Also man merkt schon, kranken Unterschied. Auch so werden du einfach noch... Wenn ich einfach so easy ult und du bist tot. Ja, ja, genau. Das ist really nice. Ragnascher sehr. Das ist aber witzig. So. Na lass mal Find the Articary spielen und nur noch. Ein guter Volt. Ich bin gleich da nachher zu Jebede. 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 Sehr gut. Die sind... Oh! Die werden beide genockerbt gewesen. Alter, ich habe es so gesmuffed. Ok, die haben gehealt. Oh! Hab das immer gesehen? Die werden einfach fast beide genockerbt gewesen. Mh. Cassadin ist missing. Mitte. Aber es war ausgeflasht. Na ich weiß nicht. Ich glaub nicht. Ja ist alles in der Fopse. Wait, Kassadin ist hier? Ja selber liegt der Kassadin. Er hat halt ne Menge tanky Komponenten da drin im Hirn. Ich hab keinen Hull. Ich komm mal runter. Das ist nerd, ich hab nix. Ich kann silancen. Ich wollte den Firmen vielleicht nicht töten. Deraphine und Ivan kommen von da oben. Ich glaub außenrum. Hast du? Alright. Kann noch queuen. Ich geh raus, ich geh raus, ich geh raus. Hat der Varos Flash? Wissen wir nicht. Ich glaub auch Varos Flash. Ich kann TP'n in 5 Sekunden. Wollen wir nicht jetzt hier? What the fuck? Einfach Gelfoss? Aber der 6-0? Alter. 6-1. Diese Schäler mach mich so bütend. Was ist das denn? Kann man Surf and Fang auf Eurelia bauen? Der Abfahrt. Ist das was? Man kann auch Surf and Fang auf Armus kaufen. Wenn man es nur will. Soll ich es auch kaufen? Ich stehe auf Olaf. Kann man auf Olaf? Kann man auf Olaf bestimmt. Ja. Ich glaub ich geh mal ein bisschen Ake. Und zwar zu wenig Ake mit unserem. Geh du mal Ake. Das ist auch ganz lustig. Ne, ne. Ich geh noch Sonners danach den Set mit Bid. Das ist no joke fucking mess. Ne. Ich hab schon ein paar Mal im Junk gespielt. Aber nur einmal Topping glaube ich. Ich hab mich aber auch grad so selber outplayed. Weil ich im Exhaust meinen Coup gemacht hab. Und ich den Reset deswegen gekriegt hab. Da war nicht so gut. Da werde ich den Baumeichchen fällen. Er war aus. Er lebt gleich sein blaues Wunder. Ah, er chaste nicht. Schade. Vielleicht auch nicht. Doch, doch. Ich bin hinter dir, ne. Aber ich weiß nicht ob du. Fuck. What? Au. Das hat Hit. Okay. Ich hab die P. Der hat nicht sein blaues Wunder erlebt. Ja. Flotten. Langenweiler. Oh, Kassan ist ja. Warum? Ich hab einwandes nach unten. Wenn ich mich zu euch schon. Ich wende dich weiter. Ich bin super ok. Ich auch, ja. Ich hab kein Ult. Hm. Der hat keinen Geil vor. Der war aus. Der war jetzt immer noch dahinter, oder? Jaja, klar. Ich weiß nicht. Da ist grad ein Moonstone und den rüber geflogen. Scheit. Der Baum wurde gefällt. Der Baum wurde gefällt, ja. Der hat nur holt. Oh. Der ist tot. Holy Mo. Der ist tot. Holy Mo. Der ist tot. Oh no. Ich renne, ich renne, ich renne. Ich werde auch da rein spielen. Wenn die committen, dann hol dich rein. Der ist so verpackt. Was? Das ist übel verpackt. Der. Ich komm bot. Ja, ja, ja. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon mal rein. Ich komm von der Fallschule. Wenn der Kassan jetzt auch mit raus schwingt, töd ich hin. Guck hier. Ah, das ist gut. Wie ist das verpackt? Oh. Kassan, Kassan, Annie. Boop. Alter, der Dammit. Oh. Boom. Einfach der fucking Bully Bear. Mit den Flash Prediction eh sogar über die Wand. Ja, aber er ist nicht rüber geflasht oder gecued. Der hat's aber probiert. Der hat's aber probiert. Der hat's aber probiert. Ja. Ich glaube ich bin ein bisschen okay mehr, weil Alter haben's gerade. Hier ist ein Baum, der gefällt werden will. Lass ihn doch einfach auf. Die Rinde schmeckt sehr lecker. Die gute alte Rinde. Boah, jetzt noch ein Stück Baumrinde. Boah, da werden wir nicht alles vergeben, Alter. Von so einer richtig alten Tanne. Boah. Junge. Boah. Ja. Jetzt ein bisschen geilerer Rinde, ja man. Hier ist noch ne Fütte drin von dem Ding, ja. Okay, Ivan brauche ich noch für nen Stack. Varus. Hm, die kommen in Ruhe sowieso aus hier. Hier ist ne Wave. So ne Daisy. Daisy läuft und scoutet. Der wäre eigentlich ganz gerne reinsegeln, wenn der Ivan jetzt hier rüber hüpft, ne? Der kann doch halt nicht wissen, dass ich hier bin. Ivan, du willst es doch auch. Nein? Einer der langweiligsten Games, die ich jemals gespielt hab. Ja, ist schon nicht so spannend. Ich bin einfach nur noch ein bisschen am Farben. Die Objectives haben taken. Hä? Giga illegal, ne? What is this? Und wenn der Mitte rein geht, ich hab 8 Sekunden ult. Oh, okay. I'm coming. I'm going. I'm going. I'm going. I'm going. Look here. Oh, wait. I'm trolling. Oh, you're really. Das macht mich so immens unglücklich. Der macht mich so immens unglücklich. Mann! Oh, diese Scheiße, ey. Boah, die Summers mag 6 Sklave, ey. Kannst du mal jemand anderen gehen können hier? Das war schon mich. Ich bin ab in 5. Ich hab gespielt in 5. Ich hab gespielt in 5. Scheiße, das ist ein fetter Shutdown. 1000 Gold. Was ist gerade passiert? Äh, nicht Twitch jetzt? Team? What happened? Kann mir eventuell gehen. Das hat's auch gesagt, echt nicht so gut. Ich bin wieder 800 Gold wert. Ich sollte mal einfach Nash machen. Wir haben Shooker-Dulties. Der freest der Nash aller Zeiten. Das ist true. So, ich bin komplett true. Ich renne den Warhaus jetzt runter. Der ist geflasht. Ich hab Ghost. Ich hab alles. Vorhin wieder eine Minute. Einfach dann meine Ult geflasht. War auch ärgerlich. Für der Straight One-Shot. Der hier. Der macht jetzt einfach Nash, ne? Ja, würde ich schon sagen. Wenn du mich tankt, dann mach ich eine Menge an Image. Ich kann eigentlich auch Smite nehmen. Ich meine, wir machen jetzt den Bot T2-Turm. Natürlich. Ich glaub, ja, ja. Lass Bot für T2 spielen. Der ist leider schon lange weggenommen. Der ist für den Bot in den Spielen. Der ist wirklich important, damit wir das Nash-Setup machen können. Ja. Okay. Also, wir gehen jetzt alle Bot zu 5. Wir haben, glaube ich, Funks zu ringern. Komm, Bot. Ja, ich bin jetzt jedenfalls am Hauen. Ich geh jetzt einfach Bot. Die kommen alle zu euch. 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 Ich Zweite. Das ist meins. Ich hab Smite und Ult. Wir haben 1.700 Damage. Ja. Ich Zweite und Ult bei... Die gehen rein. Ach, du liebst das nicht. Äh, Leute. Das ist eigentlich... Das hat ein Game-Traw-Angle. Oh, ich könnte nicht mehr essen. Oh, mein Gott. Wir haben das Game verloren. Oh, no. Ähm. Huibu, das Schlossgespenst. Ja, hat nicht funktioniert, ne? Ich war einfach in der Boot-Animation und dann bin ich gestorben. Ähm. Aber es ist noch Üniveau. Huibu, das Schlossgespenst. Ich sag's mal so. Wenn Varus stirbt, ist er eigentlich sofort gewonnen. Der Cash-Lash. Ja, ja. Deswegen also. Ich komm mal. Ach so, TP. Ich mein, wir könnten aber direkt fighten. Ja, ja. Acht Sekunden, Acht Sekunden. TP. Oh, okay. Du bist dann nicht tot. Okay, du bist dann tot. Ich tipp hier rein in 2. Die auch. Junge. Ja, den Kletchkill, nirgues. Krieg ich die Bock auch noch zu sterben. Lokiert Kletz? Oh mein Goonies, den Kletchkilln. Oh no. Er kommt nicht raus. So, ein Flash, ein Flash ist das. Nonsen. Okay, Leute. Lasst uns einfach groupen. Ich flash den Varus ins Gesicht und wir töten den. Ja. Okay. Sounds good. Ich kann immer drauf holten. 30 Sekunden wiederholst. Wenn ich Q auf Varus treffe, ist er immer wundschaft wie das mal. Perfekt. Wir können einfach den Dracker nehmen, oder? 18 Sekunden? Ja. Don't die, don't die, don't die. Die sind doch alle, oh. Der ist Faker. Ich komm nicht ran, leider rechtzeitig. Nice, zum Glück. Das ist fine, das ist fine. Das ist fine, das ist fine. Drake, können wir Drake spielen? Ich glaub Tolkien steht auch. Tolkien ist in Danger, ja. Komm hier. Ich muss den Beißen nicht ganz. Ah, fuck. Könnt ihr Drake schnell nehmen? Ich hab immer noch, äh, ich hab Ult, ja. Und jetzt Thormale Spirer würde ich spiel damit. Die wollen ihn fighten, die wollen ihn fighten. Die wollen ihn fighten, die wollen ihn fighten. Den können wir nicht. Ich glaub wir können. Ich glaub wir können. Aber ihr müsst aufpassen, also könnt ihr nicht einfach machen den Drake auf jeden Fall. Okay, dann könntest du dann mehr? Ich krieg halt eigentlich sehr viel Damage. Ich glaub ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich echt nicht bewegen. Okay. Okay. I guess we'll, we'll do so loose. Ich glaub ich, ist das ja gar nicht unbedingt. Sofort Spirer wird sich druschen wahrscheinlich. Genau, ich bau, ich, ich weiß nicht. Serpent Fang, ich bau das gerade, aber ich glaub das ist, ich bin ein wenig squishy, muss ich sagen. Hat du auch geflasht daneben? Ne, oder? Ne, der hat Flasher, jetzt erst wieder ab. Okay, okay. Die outskillen uns halt brutal, ne? Ich glaub, die haben jetzt schon ziemlich viel Outskill. Ich glaub auch, dass die jetzt outskillen. Wir können nur noch Cellain spielen, ja. Wollte ich auch sagen. Ey, ich glaub wir können die literally überrennen, wenn wir Varus töten. Wenn der Kettler Schatz ist. Ja, wenn der muss sterben. Ich glaub nicht, dass wir die noch überrennen, meinst du? Wenn jetzt wird's schwer dazu. Ja, wenn Varus stoppt, ja. Aber wir können halt Varus nicht wirklich killen. Man muss oben ein bisschen aufpassen. Wir müssen dann mit mehreren in den reinlaufen. Ja. Ich war mit allen. Wir sind wahrscheinlich fünf Mann top grade, ne? Ich werd eigentlich den Tum nicht aufgeben. Was? Look, die sind alle hier. So haben wir die nicht fallen? Keine Tum, ne? Wir sind nur ne... Also brauchen John Talk Team oder Novi. Der ist nicht mehr so stark, tatsächlich. Ich hab meine Vintage Slider gone. Ich werd's eh mal mit dem random laufen lassen. Dann werd ich vorne weiter jedes Mal rauspischen. Oh Gott. Ich geh jetzt für den In-Hip, ja? Ja. Ja, die kommen jetzt wahrscheinlich zu euch. Meinst du gehst für Top-Lane? Du? Die havern schon so Richtung Bot. Okay, den war das noch in der Mitte. Das war awkward. Wieder ult. Kann ich absetzen. Jetzt um. Kannst du denn? Die sind alle oben, oder? Ja. Aber dass das nie über die Wände geht, macht mich so traurig. Können wir ja Tolkien helfen? Nein, wird fein. Ich muss flashen, weil der Indikator jetzt immer die Wände war. Ich mag einfach nichts aus der Wave bekommen. Ich glaube, wie nie. Gehen wir top, maybe? Hast der gerade geultet? Oh ja. Klett ultet? 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 Die haben Miss-Communication gemacht. Der Klett ultet ins Mitte rein gegangen, Klett ultet ultet. Alter, ich dachte, der geht Mitte rein. Was ist Miss-Communication? Ne, die Gegner. Der Klett ultet. Ich dachte, der geht Mitte rein. Da bin ich Mitte gelaufen und letztlich kommt der hier raus. Oh ja, dachte ich. Wollen wir noch feiern? Irrlicher Baus? Ich kann nichts machen. Ich hab Flank von der Seite. Okay. Aber ich hab nichts hier. Ich bin der Justus. Ich weiß, die haben immer noch beide Schilder. Kerle da. Ich hab Selphine und Ivern. Oh? Oh, der Baus. Ich bin der wirklich komplett Justus im Fall. Ich hab halt... Digit 30 FPS mit diesem Drecks-PC, what the fuck. Digit 30 FPS gerade. Wir können... Ich glaub, Teamfight ist das wirklich hart. Ich glaub, ohne ult kann ich dann niemals fighten. Ja. Seraphine jumpt, fertig. Aber wir können... Also wir sollten, glaube ich, nicht unbedingt Teamfighten. Ja. Ich komm halt auch nur mit Flash ran. Ich glaub, wir gewinnen grad nur bei... Individued Skin. Und du. Ich glaub, wir gewinnen weder Side noch Dings, oder? Na, ich geh mit Side auf jeden Fall gegen Kasselny. Ja, wir gewinnen Side, aber die rotieren also scheinbar. Ja, auf jeden Fall. Kasselny kletzt easy auf Side, aber... Vielleicht soll man einfach mal ein Drake oder so fallen, oder ein Nash. Ich hab mal 300 gehört, ich bestärfe. Ja, ich kann auch mal Nash. Ich spiel, I guess. Wenn wir die so ein bisschen... Also ich glaub, wenn wir in der Land fighten, haben wir's immer schwer. Aber wenn wir so ein Möver fighten, wir können von mehreren Seiten kommen, dann ist's glaub ich sehr gut für uns. Oder brauchen wir Action, nimm du? Nein, 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 nein. Ich glaub, wenn Tolkien Flank kommt, ist das richtig weg, oder? Kann mir einfach die Dinger nehmen. Den Klettung nehmen? Hm, ja. Nein. Ist doch noch 50, oder? Ich hab kein Damage. Wenn ich Bass hab, hab ich maybe Damage. Ich geh einfach auf die Waffe für Seelen. Falsch der der Brahe. Die Items von denen sind sehr huge. Neh, man Bass. Er hat viereinhalb Items, so groß. Lass mich mal bei Crux. Ich will eigentlich nicht Teamfalten. Weil ich kann eigentlich nicht wirklich flanken. Ich kann meine Not nicht treffen, dann bin ich Wardshot. Also, wenn der Typ Galeforce benutzt, dann bin ich ja. Okay, wenn ich jetzt Bord geh, und einfach pushe, könnt ihr verhindern, dass die Nash nehmen? Schwierig. Ja, das dachte ich mir nicht. Wir setzen überall Büschen und dann wissen wir nicht, wo der ist. Wie ein Hütchen spielt. Aber noch haben wir die... Kann sein, dass die gleich Klett holten und wir den gerade machen. Ja. Die machen den, glaube ich. Ne, 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 ne. Ich fange jetzt an zu pushen und ne? 3 Sekunden ult. Freak ist bald wieder. Das ist ja unten. Hier. Bei dem. Ich habe keinen Blutschling,� Initial. Jetzt waren sie. Sind wir, ja. Aber ist man immer noch Selfie und Somit? Aber ist auch noch mit? Seit Kärg diput daheim. die überlagen immer also die überladen immer halt super super hart irgendeine seite dann bin halt nicht wirklich die genaue für das aussieht aber noch ein tag noch ja also auch für mittel ich sag nicht mal die werden auch wir jetzt schon wieder ich habe kein smite leider heute von den kleinen geld schon kein dabei keine wurde kommen jetzt zu mir an ihr habt 15 sekunden wiederholen das sport das ist ja da man erst mal bei der welt und da haben sie sie töten kannst du dir veressen das ist nicht schalten haben ihn wenn der ist wenn wir den menschlich finischen können dann ist einfach immer der sie in den freilich weil der europäer ist dass wir raus sind die geringen raus 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 bin hier raus denke ich unten wieder vor ja ja im kate klobe wollen wir nicht weit nur tanzen ich glaube mir doch vor ich habe dann wahrscheinlich probieren für nächste ja oder für euch was ich nicht weiten das geht wir sind fein er ist ihr müsst ihr müsst ihr müsst ihr weiter die pfäsche halten weil ich die ich kann die nicht auffassen der zucker hp ja wenn die halt los hier mit weich die kannst du die rotieren wir starten ich würde gerne reingehen ok ok ich hab rüber 2 bei mir ihr könnt ihr einen albern töten ich hab verkackt das ist richtig gut aber genauso spielen jetzt zieht ihr auf die seite auf die seite und dann lassen wir wollen können nämlich nicht essen einfach selber ich habe auch bald aber und ich bin echt ziemlich stark bei der also seine drei minuten eigentlich macht siebenhundert schaden auf varus und noch helles weg ich mache so viel schaden wenn da irgendwie einmal gezielt wird aber aus manche ich den nur ja das ist ja kein verschnitt kann man auch schon mal die qs aber wenn ich wenn ich eivon oder so voll ergerst du wirst du kannst auf einfach weiter schießen die gegner leute aber weiter schießen das all we do ich meine hybride ad ap wurde bestes voll wird stärker werde ich nicht eigentlich scheiße noch aber bis jetzt ist es troppel bau ist noch und was zu lernen spielen wir dort einfach können wir mal gucken ich mach mal kurz und da steht das 16 also wenn gleich eine kletterte in den busch kommt dann müssen wir das sind blüder gleich von kassadin 16 gemeint weil der hat immer noch keine hier sind wir dran weil der geht rauf weg schlägen hier rein ich habe schon eine gute position ich habe auch tp aber ein bisschen weiter die gehen jetzt auch wahrscheinlich ja pass auf die werden wieder in einer vielzahl rotieren was sie machen wir können immer mit klettern vereinen holten theoretisch also und die werden auf einer zeit mit drauf holten wieder oh mein gott was wir können wir wissen doch schon bekommen wir sind mit den alle mit bei den ist auch an er hat gerade sein arm gebrochen und sein ich hab keine vision leider top ist haupt der spiel bereits war es ja ja ich würde eigentlich gerne basen wollen vor drake aber wir haben aber das ist auch sehr doch war ich habe blut mit wenn ihr rauskommt das video war es keine ulzer ich kann ja auch mit old abhalten vom wesen auf dem drake natürlich look der war es bei dir gleich fertig die kommen wir hier durch warte lass mal hier in den busch ihr glaubt ich kann das machen ich probier es ich probier es ich tp top ich tp auch top der ist fast gewohnt ich hab auch keine vision auf die kann ich abriff wir müssen wir müssen wir müssen irgendwie so spielen dass wir die objektivs kriegen während wir die christen wir hätten da nicht sterben dürfen für die innen ich glaube ich wie viel seelen hast du über panne 140 ganze menge ich würde ich sagen ich komme ich komme ich komme oh ja wenn du jay kriegst wäre huge oh mein gott look hier ja ja ich bin gleich da der hat flash noch auf ganz nicht dahin aber der ist tot maybe ich hab ihn ich bin halt auch kein flash aber noch flash ich hätte einfach mir nicht kann und noch sonne ist kennt euch die sonne erstmal was er trägt johle ok anders kriegt da die hiel sind aber zu crazy man er hat noch ok die gehen rein die tollen die tollen die tollen ich komme hat er gegen gegen kraftlase ja wahrscheinlich zu viel ja nice counterplay einfach noch flash black and flash i will play it nice vielleicht ist nicht durch die peed die base explodiert bei der way kann ich die peed gelaufen aus ist tot noch in 20 du kann mich doch niemals von wie wonnen na 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 niemals er hat fucking das item ich glaube maybe ich spiel für innen du gewinnst das äh wir können den kill den klett killen aber vielleicht gewinne ich doch nicht na doch du gewinnst du gewinnst wenn er das mount hat dann kann ich nicht mehr du wirst so p ja absolut einfach er kann ich nicht mehr jetzt vorher das mount er das ok ok ich glaube wenn du die axe triffst das spring ja ja junge wieviel damage er macht er ist einfach full tank in einer minuten hat war aus geflasht als ununterschied aber kurz oder 60% hat wir können einfach enden ich kann die beiden turbo holen wenn die den drake falten oder nash wauros hat kein GA ja ja wir wollen ich glaube wir wollen jetzt einfach also wir wollen nicht team falten sondern wir wollen die ja wenn die zum nash laufen dann holen und dann bam ja ich habe auch eine minute wieder die wieviel damage hast du von sunfall genommen bei der dama das würde mich interessieren bitte wieviel damage hast du von sunfall genommen 605 also ich weiß nicht ob das sunfall cap ist da steht item kann auch noch ein formale sein nur beim bumbl wisst ich glaube ich kann nicht flashen ich kann nicht flashen wir haben keinen showguard mehr das wird flash ein bisschen schwieriger Ich glaub, die werden jetzt Nash nehmen können, ne? Ich hab TP, wenn ich ab bin, wenn ihr stallen könnt. Was soll das geben? Wir haben keine Selfie-Nolts, keine Selfie-Nolts. Und keine Wals-Nolts. Ich will nicht auf ihn drauf holen, keine Sorge. Wenn ihr stallen könnt, 40 Sekunden auf mich. Vielleicht kommt ihr gleich mal wieder los für den Boots. Hinter dem Vorsicht. Pass auf, 30 Sekunden auf mich. Ja, ich komm mal Botline dazu. Ich hab mir dabei Blastkorn, Enkel. Wenn wir den killen, können wir End-Threatening, by the way. Nice. Plays nicht runter, ich hab gleich Q. Die basen alle. Die basen alle. Die müssen wir raus. Gut raus. Okay, jetzt raus und jetzt machen wir Nash. Ich kann auch zu Nash-DP hin. Wir müssen bloß rauskommen, das ist das Richtige. Und jetzt macht ihr Nash und tolkeln wir zwei mal irgendwie. Ah, ich TP zum Nash, ich TP zum Nash. Ich hab das fein, das war ein guter Play. Wie viel Schaden mach ich, holy shit. So. Nice. So, jetzt dasselbe machen wir jetzt bei der Seele einfach auch, oder nicht? Hast du schnell Phännischen und Bails gehen? Passt du Old, ne? Ja. Dann nehmen wir noch die Langüste, dann habe ich nicht genug. Oh mein Lord. 110 HP, fies. Close thing, Leute, close thing. Okay, schön weiter cheesen, Leute. Schön weiter cheesen. Das hätte ich wirklich cheesen, das war Marco. Ich hab's mal jetzt. Magro, ja, Magro, Leute. Aber war eine insane Rotation mit Double Bluffs, noch? War auch nice von denen, dass du so ein Gage konntest. Ordentlich viel Maggi, Alter. Ich glaube, ich liege dir mal top dann gleich rein, wenn ihr für eure Seele spielt. Das ist wenigstens ein sehr spannendes, da kann sich keiner beschweren. Ich bin leider jetzt nicht mehr so OP wie vor ein paar Minuten. In der Item-Smack. Er ist nicht mehr so OP, du. Ja, ja. Bin die Serious von wie vor. Ja. Wir nehmen jetzt einfach den scheiß Drake hier. Weißt du? Nein. Vielleicht ein anderes Mythic door. Riftmaker. Maybe. Wir chillen einfach für Drake. Boah, Paul ist klar, wo die Balls ist top, man. Das ist einfach cool, dann Paul ist klar und dann BAM! BAM, Junge! Das ist mit Crit, wo die Balls ist, ja. Das ist mit Crit, wo die Balls ist, ja. Ja, top. Das ist die Frage. Oh, mein Gott. Oh, sheed my friend. Oh, my God. Oh, my God. Oh, nice. Wir können enden. Oh, ja. Oh, huibu. Das schmeckt, Junge. It is over. Ich hab ihn gekillt, though. That's actually crazy. Actually crazy. Nice. Ähm. Kahn, du hast ja gewonnen, du? Das ist doch CC. Ich will das funktionieren. Ich will das funktionieren. Oh, mein Gott. Das war so langweilig. Das war irgendwie um einiges unkomplizierter als gedacht. Das war wegen Indip. Ich dachte gerade, ey. Was ist denn da los, ey? Nice. Boah, da war ein Banger, ey, muss ich sagen. Oh, ja. Sehr spannend. Bin nicht eingeschlossen. Vor anderthalb Stunden, die haben unsere Champions gebannt, sind dann gedodged und haben uns auf einen anderen Account. Was sind das denn für nette Menschen? Das hat Spaß gemacht, ja. Denk euch für einen schönen Abend. Danke wirklich. Ich will Clash noch für Clash. War nice. Morgen ist wieder Clash, ne? Wir schreiben uns. Der MSI Special Clash. Vielleicht schaffen wir noch einen. Ansonsten, schönen Sonntag. Ciao. 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 Tschüss. So. Floss 39 ist not bad. War ja wirklich auch ein wildes Game. Ich glaub, dass hier wieviel Damage mein Hybrid-Schaden war. 16k physisch und 14k magisch, not bad. Wirklich ein guter Mixed-Damage wert. Mit dem Build. War ziemlich OP. Gerade Laning-Face. Danach eigentlich nicht mehr so strong, aber wir hatten halt einen fetten Nash-Throw, ne? Im Moment gewinnt uns das einfach, dass wir halt Nash erzwingen, nachdem wir die Klett direkt getötet haben. Und dann auch so... Nova irgendwie... Varus getötet. Dann war das Game einfach zu Ende. War ein bisschen anti-klimatisch am Ende. Aber war nice. Ich halte jetzt mein Maul für 14 Stunden straight. Und dann musste ich morgen für 5 Stunden straight reden. Dementsprechend ist jetzt das letzte, was ihr vor mir hören werdet. Einen vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart, Leute. Habt eine gute Nacht. Und ja, schaltet morgen rein. MSI. Castig. Hoffentlich kann ich bis dahin reden. Also besser als jetzt. Vielen, vielen Dank, Leute. Sweet Dreams. Und bis morgen. Ciao, ciao.